So, ihr könnt mir jetzt gleich mal ein großes Haupthaus hier errichten. So, ihr könnt ihr euch mal anschauen. Also ja, Jäger zu haben ist immer so eine gefährliche Geschichte, ey. So, das mittlere Haupthaus wieder hier hin. Ja, Jäger zu haben. Alles gut und ruhig gerade. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Zeit gewonnen. Weil vielleicht wurde durch das Laden der Timer resettet. Ich eile. So, jetzt müsst ihr zum Glück nichts mehr hier hin. Wisst ihr was? Rasch. Ihr baut mir jetzt erst einmal Verteidigungstürme. Es ist mir eine Ehre. Sprecht, wie ihr wünscht. So, ihr seid fertig. Dann errichtet ihr mir wieder ein Schweinchenhäus... Steinwiederhäuschen. Auf der Stelle. Das Bauwerk ist vollendet. Die Ruf, meine heilige Brecht. Sofort. Auf der Stelle. Das Gebäude ist fertig. Kinderspiel. So, wieder eine Mondsilberhalle. Spuckt in die Hände, Männer! Spuckt in die Hände, Männer! Das Bauwerk ist vollendet. Das Bauwerk ist vollendet. Es ist mir eine Ehre. Die Rune ruft. Zum Ruhme Ahrens. Was ist euer Beginn? Das ist nicht weit. Rasch. Das Gebäude ist fertig. So, Mondsilber wird jetzt auch besorgt. Gut. Und ja, ich bin ja auch selber schuld. Ich hätte die Jägergilde nicht ans Ufer setzen sollen. Weil was auch immer sie da drüben jagen wollten, das war dann halt näher. Weil die Wegfindung einfach Luftlinien nimmt. Nicht Landweg. Das Bauwerk ist vollendet. So, jetzt wieder den Schießstand. Gut. Passt auf. Ich glaube, ein Angriff steht bevor. Bitte nicht gegen mich, John. So, jetzt kann ich auch wieder Zwerge rausfauen. Doch, gegen mich hier unten. Ah. Hier. Schließ die Reihen. Bereit. Mir nach. Sie sind überall. Und los. Unverzüglich. Sie sind überall. Unsere Stadt wird angegriffen. Eine Einheit wurde aufgewertet. Schlagt sie zurück. Feuer in der Stadt. Haltet durch, Männer. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer. Haltet durch, Männer. Warum muss immer meine Priesterin sterben? Als erstes. Schlagt sie zurück. Sie sind überall. Schließt die Reihen. Verstärkt die Deckung. Unsere Stadt wird angegriffen. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Feuer in der Stadt. So sei es. Und los. Lass einmal in der Halle die Tapferen hier errichten. Und verzüglich. Zu Befehl. Verstanden. Alles klar. Verstanden. Okay. Irgendwie haben wir überlebt. Vor allem mein Irrfilter hat überlebt. Du Kumpel, du ziehst dich mal zurück. Die sicher ist sicher. Hier. Bereit. Ja. Stehe bereit. Die Rune wird sofort ausgeführt. Das Gebäude ist fertig. So. Okay. Als nächstes. Okay. Okay. Ich eile. Ich eile. Eisenlager hat wie ihr. So sei es. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Ah ja. Machen wir das ab. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Ja. Vielleicht sollte ich wirklich mehr Wanderinnen nehmen statt Windschützinnen. Einfach um das Lenia für Druiden aufzusparen. Drei riesige Lenia vorkommen haben wir nicht leider. Das Bauwerk ist vollendet. Das Gebäude ist fertig. Meine heilige Pflicht. Schon unterwegs. So, ihr errichtet mir jetzt auch erstmal hier das große Haupthaus. Eine Einheit wurde aufgewertet. Ja, unser Lenia ist hier schon so gut wie erschöpft. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Zum Ruhme Ahrens. Mal gucken, was brauche ich noch für Verteidiger. Eine Schmiede und eine Mondsilbale. Also zwei Gebäude. Ja. Schon unterwegs. Sofort. Auf meinem Befehl. So, die bauen mir jetzt hier die Türme wieder auf. Also wenigstens zwei davon. Zu euren Diensten. Auf mein Zeichen. Das Gebäude ist fertig. So sei es. Auf der Stelle. Kleinigkeit. So, als nächstes brauchen wir Mondsilberhalle. Ja, Sanktuarium lassen wir mal wieder außen vor. Nach der Mondsilberhalle eine Schmiede und dann brauchst du das. Ja. Da ist es mal wieder an der Zeit zu speichern. Also machen wir das jetzt. Speichern. Und dann gibt es erst mal wieder einen Cut. Also. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020